Ich weiß nicht, ob ich die Chimera hätte besiegen können. Also wer es weiß, mal bitte drunter schreiben. Soll ich euch mal was sagen, woran mich das gerade erinnert? Das erinnert mich gerade an das Dorf, wo Perseus gegen die Chimera kämpft im Kampf der Titanen 2 oder 3. Ja, wie gesagt, es geht mehr. Ich muss alles leider auf Mittel stellen, damit ich es einigermaßen sauber spielen kann. Das ist einigermaßen, Freunde. Der Gehrein ist nigh. Ich bin der Verteidiger Duke und helme uns die Fell-Best. Die Zeit kommt, um die Räume zu schützen und die Räume zu nehmen und die Wälder zu nehmen. Es ist der Drogon! 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 Ja, wie man sieht kommt man nicht durch die Drogon! Aber der Mut zählt! Es ist der Drogon! 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 Verstand er gerade wenn du dich mir entgegenstellst? Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich die Wahl mich zu entscheiden, Bote der Zerstörung, Auftrag, Speichervorgen, ja, müsst ihr euch vorbereiten. Bote, ja, wie gesagt, nehmt eine Waffe. Wasser nehmen? B, untersuchen. Okay, eure Laufbahn bestimmt euer Standardattribute, eure tragbare Ausdruck, eure Fertigkeiten. Boah, ja, jetzt ist guter Rat teuer. Ähm. Ich, boah, keine Ahnung, Bungenschütze oder? Ich bin ja nicht so der Nahkämpfertyp und ich denke, ich denke, ich nehme die Magier. Ja, ich denke schon. Okay, B. Ihr könnt eure Primär- und Sekundärwaffe ausrüsten. Schwerterdäuche sind unverzichtbar Sekundärwaffen wie Bögen oder Schilde können sich als hilfreich erweisen. Okay. Ich wollte eigentlich den Wasser einmal nehmen. Achso, verstehe. Oh Gott. Leere Schriftrolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Oh shit. Sauberer Lappen. Ähm. Und wie? Wie sehe ich Ziele an? Okay, ich hätte vielleicht mal vorher checken sollen. Denn jetzt habe ich nämlich das Problem. Ja, ich habe das Problem. Du sagst, dass es eine Blöden verlassen hat? Ja, die Schmerzen hat geöffnet, und es scheint, dass die Schmerzen hat, aber... ihr Herz liegt im Moment. Wenn du mich verletzt hast... Du bist sicher? Ja. Ja. Gehre, Magik. Die Arbeit von irgendwelchen Kursen. Der ganze Welt hat bereits gegründet für Angst vor diesem Dragen. Kein gut kommt mit diesem. Ich muss nach den anderen schauen, Kiena. Sag mir, ob etwas verändert ist hier. Alles klar. Mit jeder Stufe verbessert ihr die Attribute. Okay, mit Start könnt ihr das Pausen und die Öffnung haben. Dort die Attribute, deine Karte und die Autos. Aha, okay. Drücken wir doch mal Start. Ich kann jederzeit speichern und beenden, das ist sehr gut. Ansonsten hat das Spiel ein automatisches Speichersystem. Status, gucken wir doch mal rein. Rang, okay. Also es ist ein typisches Rollenspiel. Mit Hack-and-Slash-Attributen, das hatte ich schon mal erwähnt. Daran muss ich mich tatsächlich gewöhnen. Wartet mal, ich versuche jetzt mal gerade was. Audio, Gameplay, Video. Ich kann es nicht mehr ändern im Spiel. Okay, das ist doof. Ich versuche mal in der nächsten Aufnahme, ich versuche das immer so bei knapp eine Stunde zu behalten. Ich habe jetzt eine halbe Stunde als Einstieg in das Ganze. Basalenbefehle an. Ja, das geht leider nicht, Bildfrequenz. Ja, ich wollte sowieso mit 60 aufnehmen nachher. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was rausgekribbelt kriege. Äh, rausgekribbelt natürlich. Mhm. Vielleicht der Angriff. So. Das ist eine Flasche. Mit Öl. Okay. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das Problem ist, ähm, man kann hier... Wie steuere ich denn die Richtung meiner Angriffe? Ich glaube, ich brauche einen Flächenangriff, aber ganz schnell. Ich bin nur so ein... Oh. Okay. Ne, wir gehen erst mal daneben gucken. Hm. Lecker essen. Ernsthaft? Hättet ihr eine Flasche, bla bla bla? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin übrigens Jäger und Sammler, nicht wundern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde wahrscheinlich hier innerhalb des Diebstahls bezichtigt, aber wer weiß das schon. Voila, was ist das? Flasche mit Wasser. Guck an. Das heißt, ich habe hier... Huch, mein Inventar irgendwo noch. Mitglieder der Gruppe. Das wird noch sehr interessant. Freigegeben? Das Bild der aktuellen... Achso, nein. Ich spiele übrigens im Offline-Modus. Man kann das Ganze auch nur im Online-Modus spielen. Welchen Ausmaß das haben wird, das werden wir noch sehen. Ich verausgabe mich doch nicht. Ich mache mir da nicht wegen Sorgen. Okay. Dein Verletzung könnte ein fruchtes Drachen sein. Mhm. Wenn dem so ist, weiß ich nicht, wie ich deine Wunde heilen soll. Ich bin doch gesund. Aber es muss möglich sein. Ja, da sind wir nämlich bei der Geschichte. Warte mal, sagt sie noch was anderes? Okay. Jetzt muss man ja noch aufpassen, ob ich runter scrollen kann. Viele Wunden. Einige waren nicht so glücklich. Die ganze Stadt war über dich. Sie wären sehr glücklich, dich zu sehen. Vielleicht könntest du die anderen sehen. Wenn du dich gut genug fühlst. Wenn du dich kräftig genug fühlst, solltest du dich vielleicht bei den anderen blicken lassen. Machen wir doch glatt. Sagst du noch was Neues? Du hast so für unser Dorf gekämpft. Ich lege meine Hände in deinen Schoß. Nein, das ist mein Schoß. Klinge weg. Ich fühle mich so hilflos. Na gut. Wir gehen mal raus. Wir gucken mal. Kasades. Okay. Mein Heimatdorf. Erfüllt Aufträge, um Fortschritte zu erzielen. Oh Gott, alter. Personen, die über besondere Informationen verfügen, sind mit einem Symbol über ihrem Kopf gekennzeichnet. Personen mit grünen Symbolen haben neue Aufträge zu vergeben. Okay. Dann gehen wir doch mal gucken. Da unten ist eine Schlaufe in der Karte. Ich gehe auch gleich mal gucken, ob ich hier alle Häuser begehen kann. Ich glaube ja. Tatsache. Ach, mein Haus. Praktisch. Manche Gegenstände können mit erstaunlichen Ergebnissen kombiniert werden. Habt ihr keine Scheu vor Experimenten? Ne, habt keine Scheu vor Experimenten. Okay. Oh, alter. Ich... Eine Nuss. Nein, kleine Nuss. Okay. Ach so geht das. Ups. Hier köchelt irgendwas. Leere Flasche. Erdtier ergreifen. Okay. Das Spiel ist... Umfangreich. Aber das wusste ich vorher schon. Auch die Welt soll gigantisch sein. Man hat hier wohl allen frei rum. Hallo ihr. Nein. Ist nicht unter den Verletzten. Okay. Ach, ihr seid es. Der sich in der Drachen stellt da, als dieser das Dorfbrote. Hm? Ihr hört grauenvolle Geschichten über eure Wunder. Kann ich irgendwas für euch tun? Ähm, mein Herz wieder bringen. Ja. Das Schicksal hat uns dazu ausersehen, in aufregenden Zeiten zu leben. Ja. Stellt euch nur vor, unser Dorf als Gastgeber für einen Drachen. Das willst du gar nicht. Das willst du nicht. Warte mal. Ja, boah. Wie geh ich denn jetzt hier vor? Verdammt. Fischerhaus. Nehmen wir doch mal rein. Ist das Diebstahl, wenn ich jetzt hier was nehme? Mache ich mich strafbar? L.T. Grundhaltung. Blenderung. Uh. Ich kann heilen. Aus. Oh, das dauert aber. Verdammt. Ich trete in den Bereich des Regen, um Effekte heilsamer Magie zu spüren. Okay. Erbe. Erbe. Kamin. Äh. Verstehe. Das heißt... Die Kombination... Oh weia. Oh weia. Oh weia. Hey du. Also... Nicht irgendeine Bahn. Bisschen legen die ganze Welt in Schutt und Asche ausgenommen. Jemand würde sie aufhalten. Ja. Durchaus. Aus. 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 rotisieren. Aus.